An das deutsche Volk Wir neigen uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heimliche Feindschaften von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Man will nicht zuldigen, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf, zu den Waffen, jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterland ist. Um sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründen müssen. Um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Leben. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war, vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.